hallo liebe mitglieder willkommen zum nächsten video der thomas hatte mich kürzlich gefragt wie viele wiederholungen er machen soll an den kraftgeräten wenn er hier im million kraft ausdauer zirkel trainiert der hintergrund der frage war der folgende und zwar er hat festgestellt dass er bei manchen geräten wie zb bei dem bauchtrainer mehr wiederholungen in der einen minute trainingszeit schafft weil die amplitude beim bauchtraining relativ kurz ist im gegensatz dazu schafft er zum beispiel bei der beinpresse viel weniger wiederholungen bei der beinpresse lager irgendwie so um die 12 bis 15 wiederholungen während er beim bauchtrainer in der gleichen zeit ohne probleme auf 20 wiederholungen kam der grund ist ganz einfach es liegt an verschiedenen amplituden also an verschiedenen arbeitslängen bei den geräten die frage wie viele wiederholungen sollst du im kraft ausdauer zirkel trainieren die beantwortet die mit gar keine es geht im kraft ausdauer zirkel im million training nicht um wiederholungen sondern es geht um die sogenannte time under tension tut abgekürzt oder wenn man es im deutschen sagen möchte einfach die zeit unter spannung das heißt wie lange steht der muskel konstant unter spannung während wir einen arbeitssatz machen das ist eigentlich das wichtige wenn man jetzt mal guckt die wiederholungszahlen wenn wir also im freien training arbeiten dann benutzen wir die wiederholungszahlen eigentlich auch nur um eine gewisse spannungsdauer festzulegen also wenn jemand quasi gesagt bekommt trainiere deine wiederholungszahlen so dass du acht bis zehn aller höchstens zwölf wiederholungen machen kannst und dann soll der muskel wirklich lokal erschöpft und ausbelastet sein dann braucht er dafür meistens irgendwas zwischen 20 30 maximal 40 sekunden zeit die meisten leute werden sie um die 30 sekunden brauchen um diese wiederholungszahlen sauber auszuführen die schwierigkeit die sich daran ja quasi schon gibt ist der eine macht die wiederholungszahlen schneller und ist mit seinen zwölf wiederholungen früher fertig der andere macht sie viel langsamer also wenn wir ein beispiel machen derjenige der seine wiederholung so absolviert dass er die aktive phase eine sekunde macht und da lässt dann drei sekunden ab beispielsweise der braucht quasi für eine komplette bewegung vier sekunden der wird natürlich länger für seine zwölf wiederholungen brauchen als die person die eine sekunde eine sekunde sich bewegt er braucht genau halb so lang nämlich zwei sekunden und daraus ergibt sich ja dass beide leute im prinzip nach ihren zwölf wiederholungen die muskeln ausbelastet haben wenn sie ein entsprechendes gewicht dafür natürlich nehmen aber die die trainingszeit die zeit die sie im satz waren die hat deutlich variiert das ist ja eigentlich auch der grund warum es im minor training nicht um wiederholungen sondern um zeit geht also um zeit unter spannung um einfach dafür zu sorgen dass jeder muskel die gleiche reizdauer die gleiche reizintensität hat und jetzt kommt die eigentliche antwort trainiere im million zirkel nicht auf wiederholungszahlen also mach nicht zum beispiel 15 wiederholungen hören einfach auf sondern trainiere immer so lange wie die zeit läuft also im kraftausdauer zirkel bedeutet das trainiere immer die 60 sekunden sauber durch so lange bis das gerät stoppt und wähle das gewicht nach möglichkeit so dass du nach diesen 60 sekunden deine muskulatur auch wirklich lokal erschöpft und ausbelastet hast dann hast du den richtigen trainings reiz und dann wirst du auch den bestmöglichen trainingseffekt daraus zielen im kraft zirkel ist das das gleiche im kraft zirkel empfehle ich dir auch nicht auf wiederholungen zu trainieren sondern trainiere so dass immer 30 sekunden spannung auf seiner muskulatur liegen dass du die bewegungen sauber und akkurat ausführen kannst dass du ein richtig gutes gewicht hast und dass du nach 30 sekunden wirklich erschöpft bist die muskulatur wirklich auch lokal ermüdet ist achtung das gilt natürlich nur dann wenn du auch gesund bist wenn du keine einschränkungen hast und wenn du dich voll belasten kannst wenn du irgendwelche orthopädischen einschränkungen hast bandscheibenschaden schulterprobleme oder vielleicht auch herz kreislauf beschwerden wie akuten bluthochdruck oder vielleicht auch ein zustand nach herzinfarkt dann ist es wichtig dass das training auf dich abgestimmt und gesteuert wird dann bitte nicht einfach ausbelasten sondern unbedingt und auf jeden fall mit einem trainer sprechen ich hoffe ich konnte dir helfen und die frage beantworten danke dass du zugeschaut hast bis zum nächsten mal